so ich probiere noch mal book of rar 6 weiter spiel war noch geladen ich lass mal weiterlaufen haben wir mal 20 aufgebucht vielleicht kommt ja jetzt mal was nachdem wie der eben aber auch die kohle weggefressen hat kann er jetzt ruhig mal was geben komm jetzt hau rein und nein und nein ach mann ooo komm mach mal 50 plus 50 war es jetzt und auch nicht und jawohl endlich mal 50 plus 50 so mal gucken ob er mich jetzt rettet hier nachdem was an kohle schon innerhalb kürzester der zeit verbrannt wurde und das lässt hoffen ein vollbild wären 250 euro von den jotz vier auch schon mal schön und nochmal vier ohje nochmal ein 10er nochmal vier schön machen wir auch schon mal 71 euro mal gucken ob noch was nachkommt ich heute ja noch mal ein paar freispiele rein auch mal ein 10er durch die drei übchen und schade jetzt sieht so aus als ob der wieder alles so wegfrisst hier oder wie mal auf 60 bis 60 vielleicht kommt da ja noch mal was mal wie verschiedenen einsatzstufen durch probieren ob irgendeine was schmeißen will oder ob das schon wieder das höchste der gefühle war und 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 1,60 Euro, 80 plus 80 Krass ey, es kommen nicht mal ansatzweise Bücher, so 2 Euro Einsatz Komm jetzt Komm jetzt, hol mal rein Boah, das gibt's doch nicht jetzt Komm Boah, das ist nicht wahr Nervenkrieg Und 2 Runden noch 1 und 2 und da war es wieder weg So, bis später So, dann habe ich mal das Hexenkessel mich mal rettet hier Schiebe mit Hexenkessel Schiebe mit Hexenkessel Schiebe mit Hexenkessel Ah, oh, geht ja direkt mal los hier Erste Runde erster Szene an dieser Kiste mit Hexenkessel Und es enttäuscht mich nicht So mag ich das Schiebe mit Hexenkessel Aber bitte, hau auf eine schöne Schöne Freispiele Ja, jetzt raus Schiebe mit Hexenkessel Oh, komm jetzt Er hat so gut mit 9 angefangen Und jetzt kommen nur so wenige Jots Na bitte So Na, hat aber trotzdem lange gebaut Schiebe mit Hexenkessel Oh, es wird eng Und Kommt noch eine Stufe Eins hat gefehlt Ärgerlich Ich hab die Unterhaltende Abangehen So Junge Strahlung Die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, es wären 30 Euro eine Reihe gewesen von den Kassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 schade na gut schauen wir mal wie es weitergeht so dann habe ich die novoline premium hd hier sind auch noch spiele drauf die ich so noch nicht kenne ich fange mal an also was heißt ich kenne sie schon jetzt habe ich sie schon mal gesehen aber ich habe sie glaube ich noch in keinem video drin das heißt ich mach mal wo ist es jetzt ich fange mal mit bear tracks an korrigiere mich einfach mal 50 cent in zähne dann schauen wir mal was passiert eine ganze 12 cent schon gewonnen also man braucht bei dem spiel auf der linken walze komplett dieses roten symbol da und um die freispiele zu erhalten muss er dann mit einem streak feature halt ein vollbild erzeugen mal gucken ob wir sehen oder anders ach schade hätte der die freispiele nicht direkt mal machen können zur demonstration das wäre doch schön gewesen ja leider kommt jetzt nicht sehr viel dabei rum hoffen wir mal dass es nicht die ganze zeit so läuft 10 cent nochmal nochmal gut dann sage ich mal bis später